und Möglichkeiten aufzuklären. Hinsichtlich der möglichen massenhaften Erhebung von Telekommunikationsdaten der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland durch britische und US-amerikanische Nachrichtendienste ist der Fall anders gelagert. Insoweit liegen keine zureichenden Tatsachen für konkrete strafbare Handlungen oder strafrechtlich greifbare Sachverhalte vor. Unsere Ermittlungen haben bis heute keine Erkenntnisse darüber gebracht, ob und wie britische und US-amerikanische Nachrichtendienste in Deutschland auf den Telekommunikations- oder Internetverkehr zugreifen oder gezielt bestimmte Personengruppen oder Personen mit elektronischen Mitteln ausspähen. Es mangelt am Anfangsverdacht für eine konkret verfolgbare Straftat. Deshalb ist es derzeit rechtlich nicht möglich, strafrechtliche Ermittlungen aufzunehmen. Untertitelung des ZDF, 2020